Warum hat die Karte des Rumtreibers nicht Barty Crouch Jr. gezeigt und den falschen Moody damit identifiziert? Das und mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werden wir über den Feuerkelch, Barty Crouch Jr., Mad-Eye Moody und die sagenumwobene Karte des Rumtreibers sprechen. Genauer gesagt werden wir ein paar offene Fragen dazu beantworten. Warum tauchte Mad-Eye Moody, der in einer magischen Tour gefangen war und in Hogwarts war, nicht auf der Karte des Rumtreibers auf? Und warum konnte die Karte des Rumtreibers Barty Crouch Jr. nicht einfach identifizieren? Sicherlich hätte ihn einfach auf der Karte zu entdecken das Leben aller viel einfacher gemacht, oder? Als das Schuljahr 1994 begann, versammelten sich wie jedes Jahr alle Schüler zu Beginn des Schuljahres in der großen Halle. Dies war eine Gelegenheit für Dumbledore und alle Professoren, sich zu Beginn des Schuljahres an die Schülerschaft zu wenden und alles zu besprechen, was das kommende Jahr betraf. 1994 war das Jahr, in dem wieder einmal ein neuer Lehrer das Fach für Verteidigung gegen die dunklen Künste übernahm. Der berühmte Todesserfänger Alistair Mad-Eye Moody. Von dem Moment an, als er die große Halle betrat, waren die Schüler wie gebannt von ihm. Ein Mann stand in der Tür, gestützt auf einen langen Stab, eingehüllt in einen schwarzen Umhang. Alle Köpfe in der großen Halle drehten sich nach dem Fremden um, der plötzlich hell erleuchtet wurde. Er ließ seine Kapuze sinken und schüttelte seine lange Mähne aus zotteligem Haar aus und begann, auf den Lehrertisch zuzugehen. Bei jedem seiner Schritte heilte ein dumpfes Poltern durch den Saal. Der Blitz hatte das Gesicht des Mannes in ein scharfes Licht gerückt und es war ein Gesicht, wie es Harry noch nie gesehen hatte. Es sah aus, als wäre es von jemandem aus verwittertem Holz geschnitzt worden, der nur eine vage Vorstellung davon hatte, was er wollte und der nicht allzu geschickt mit einem Meißel war. Jeder Zentimeter der Haut von Mad-Eye Moody schien vernarbt zu sein. Sein Mund sah aus wie eine diagonale Wunde und ein großes Stück seiner Nase fehlte. Aber es waren die Augen des Mannes, die ihn so furchterregend machten. Darf ich ihn unseren neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste vorstellen, sagte Dumbledore strahlend in die Stille, Professor Moody. Alistair Mad-Eye Moody war ein schottischer Rheinblutzauberer, der in die Familie Moody geboren wurde. Eine Familie, die dafür bekannt ist, dass sie eine Menge von erstaunlichen talentierten Auroren hervorbringt. Sein Ruf eilte ihm sicherlich voraus, was vielleicht einer der Gründe war, warum Schüler und Professoren gleichermaßen auf ihn starrten und verunsichert waren. Aber obwohl es Alistair Mad-Eye Moody war, der in diesem Jahr an der Schule unterrichten sollte und obwohl es so aussah, als wäre es Moody, war er es nicht. Stattdessen war es der berüchtigte, dunkle Zauberer und Todesser Barty Crouch Jr. Bevor das Schuljahr begann, wurde Moody nämlich von Barty Crouch Jr. gefangen genommen, der 1982 zu einer lebenslangen Haftstrafe in Azkaban verurteilt wurde. Was viele jedoch nicht wussten war, dass Barty Crouch Jr. kurz nach seiner Verurteilung geflohen war, was bedeutete, dass er ganze 13 Jahre lang auf der Flucht war. Etwas, das der allgemeinen Bevölkerung völlig unbekannt war. Dies ermöglichte es ihm, unter dem Radar zu fliegen und schließlich Moody gefangen zu nehmen. Nachdem er Moody in seinem eigenen magischen Koffer gefangen hatte, gab sich Barty Crouch Jr. ein Schuljahr lang als Moody aus und unterrichtete an seiner Stelle Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Und das sogar ziemlich gut. Im letzten Schuljahr kam Harry jedoch in den Besitz der Karte des Rumtreibers, einer magischen Karte, die dank der Rumtreiber in der Lage ist, die Bewegungen jeder Person im Schloss zu verfolgen. Und das wirft die Frage auf, warum in aller Welt konnte Harry nicht erkennen, dass Moody ein Betrüger war, während Barty Crouch Jr. im Schloss herumtollte und der echte Moody in einem Koffer von Crouch ebenfalls in Hogwarts gefangen war. Nun, die kurze Antwort darauf ist, dass die Karte nicht ganz narrensicher ist. Zum Beispiel ist einer der versteckten Gänge in Hogwarts nicht auf der Karte verzeichnet. Dies wird in Kapitel 29 der Heiligtümer des Todes erwähnt. Wie lange ist er schon hier? fragte Ron, als sie sich auf den Weg machten. Er ist nicht auf der Karte des Rumtreibers, stimmt's Harry? Ich dachte, es gäbe nur sieben Gänge, die in die Schule hinein und herausführen. Die Karte verrät auch keine Orte, die durch Magie verborgen sind. Orte wie die Kammer des Schreckens. Und obwohl die Karte in der Lage ist, Dinge wie Unsichtbarkeitsumhänge zu durchdringen, was wir aus der Gefangene von Azkaban wissen, bedeutet das nicht, dass die Karte nicht ausgetrickst werden kann oder dass die Magie der Karte nicht überwältigt werden kann, wie beim Raum der Wünsche zum Beispiel, den sie auch nicht anzeigt. Moody's verzauberte magische Truhe war ein fortschrittlicher magischer Gegenstand und Moody war in einem Fach gefangen, das von einem weiteren Fach eingeschlossen war, das durch den unauffindbaren Erweiterungszauber verborgen war. Kurz gesagt, die Magie der Truhe übertraf die Magie der Karte des Rumtreibers bei Weitem. Damit bleibt aber immer noch eine sehr schwierige Frage offen. Warum war die Karte des Rumtreibers nicht in der Lage, Barty Crouch Jr. zu identifizieren? Ein wichtiger Handlungspunkt im Feuerkelch ist, dass die Karte des Rumtreibers Bartemius Crouch Jr. nur als Bartemius Crouch bezeichnete, was zu allerlei Verwirrung führt, da Barty Crouch Jr. nach seinem Vater Barty Crouch Senior benannt wurde. Aber warum ist die Karte nicht in der Lage, zwischen zwei Personen mit demselben Namen zu unterscheiden? Wenn sie nebeneinander stehen würden, würde die Karte einfach Bartemius Crouch und Bartemius Crouch anzeigen? Nun, wie sich herausstellt, ja. Das ist einfach ein Fehler in der Funktionsweise der Karte. Die Karte des Rumtreibers ist zweifellos ein mächtiges magisches Artefakt, aber ist sie perfekt? Nein, sicherlich nicht. Die Karte scheint so konzipiert zu sein, dass sie den vollständigen Vor- und Nachnamen jeder Person in Reichweite anzeigt, aber zusätzliche Sachen nicht. Da Jr. kein tatsächlicher Teil seines Namens ist, sondern nur eine Ausschmückung, gibt es keine Möglichkeit, auf der Karte vernünftig zwischen den beiden Männern zu unterscheiden. Bei der Erstellung der Karte wurde dies wahrscheinlich nie in Betracht gezogen, denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass zwei Personen mit demselben Namen jemals zur selben Zeit in Hogwarts anwesend sein würden. Die Karte ist zu 99% effektiv, aber leider nicht zu 100%. Und zufälligerweise zeigt die Harry-Potter-Handlung eine Zeit auf, in der die 1% sehr relevant waren bzw. gewesen wären. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen denselben Namen haben, ist schon fast verschwindend gering. Aus diesem Grund wurde es einfach nicht in Betracht gezogen. Aber trotz alledem war das Auftauchen von Bartemio Scrouge auf der Karte doch hilfreich, um ihn unsicher zu machen. Barty Crouch Jr. gab sogar fast selbst zu, dass dies fast alles ruinierte. Ich habe die Karte benutzt, die ich von Harry Potter genommen hatte. Die Karte, die fast alles ruiniert hätte. Und der Grund dafür war, dass Moody zwar auf der Karte fehlte, aber das bedeutete nicht, dass Harry nicht in der Lage war, Bartemio Scrouge genau dort zu sehen, wo Moody gestanden hatte. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, damit sind beide Fragen ausreichend von mir beantwortet worden. Falls du weitere Fragen dazu haben solltest, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, warum Dumbledore nicht in der Lage war, Barty Crouch Jr. zu identifizieren, dann schaut doch gerne das Video dazu an, das ich in der Beschreibung verlinkt habe. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Danke für eure Aufmerksamkeit.